Besser Waren findest du nirgendwo? Kann man die jetzt verkaufen, die Sachen? Ja! Ich hab einen Sniper verdoppen, wenn du auch... Nein, das verkauf ich auch... Das war mir zu bad... Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Ja, wieso kommt denn die Kampagne? Bist du schon weitergegangen? Hä? Bist du schon weitergegangen? Ja, jetzt schon... Hilfe! Guck mal, wie fett der Normal ist, Alter! Ja! Oh oh! Ja! Level up! Level! Ich nicht! So, tot, Alter! Magst du, machst du die Dinger da? Ja! Ich hab einen hochgemacht! Oh, ne, ins G-Punkt! Ich hab einen! Oh, sad! Du holst den Bock! Ist das? Ah, da ist ein Adapter gepostet! Da sind noch... Wir sind die alle da oben! Na, die soll man da! Du musst jetzt Adapter teilnehmen, gerade! Ja, ne, ins G-Punkt! Ich weiß, das ist aber erst ein zweites Quest! So wichtiger ist, um ein Team zu helfen, Steven! Anstatt mir selbst! So solltest du auch mal denken! Blümmer! Ui, jetzt können wir gleich schlagen! Catch a Ride! Warte kurz, ich hätte das Catch a Ride! ... ... ... ... ... ... Warte kurz! Sieht! Ja, ich hab mir vor, oder ob... ... ... Hä? Ach, ich kann mal eine. Ja. Ich bin ausgerechnet ausgestiegen. Ja, umgestiegen. Boah. Ah, LB macht man im Togo, ne? Ah, ich bin ausgestiegen. Hast du dich nicht? Ich bin ausgestiegen. Ich habe dich. Du bist mit dir da? Jaaa, was ist das für ein Moment? Aber er befiegt dich auch nicht Mach das, Alter Ach, Leute Ich dürfte doch nicht in mich reinrammen Hallo Was macht der denn da? Fahr da nochmal rein Gehen wir runter? Stimmt Was ist los? Hab ich doch gesagt, LB Wir haben hier nicht zugehört Ich steig einfach mal aus Da ist ein neuer Catcherite Da war einer Da ist weg Wir kamen aus Funk und Fern Sollen stechener Kaktos, töten wir ihn Ein Bug Da kommen Gegner Ja Ich hätte nicht clever aus dem Ort zu checken Dann kriegst du weniger Erfahrungen zu bekommen Bitte? Ja Oh mein Gott Dann kriegst du anstatt 66 zum Beispiel nur 12 Okay, dann steige ich halt auch So Okay, ich glaub wir müssen wieder zurück, na? Was ist uns? Ich finde Ich finde Corporal Rise und gehe nach Sanctuary Let's go Warte, ich mach runter ins Spiel mitmachen Was hast du denn eingesetzt? Ich mach noch Akaten werfen Erstmal nachladen, Geschwindigkeit verbessern Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Willst du uns mal kämen, Geschützt? Ja, da muss ich nämlich nicht fahren, aber Perfekt, so Dann müssen wir nach Aus dem Raum Leute, ihr sprecht handsome Jack Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Irrenbeben, die ihr Schuhkampf hier zerbrechen braucht Mit jeder Erschütterung kommt meine Bohrer, der Kammer näher und das heißt Freiheit, Ordnung von... Wie fährst du denn? Aber dein Pyra-Schein genau Wow, ich hab eine Drehung gemacht Das ist leider von Entertainment Ja? Ja, verstehe Hier ist irgendwas Corporal Rise, da ist er gar nicht, oder? Das ist ein Gegner Ein schlechter Kaffee Das ist noch so selten vom Gegner Oh, das ist ein Gegner Und wer kackt auf das Gegner ist Ich hab diesen Corporal... WTF Okay, hier für dich Er wird gut Woah Ich weiß, was hast du da für... Achso, das ist... Fuck, das war... Ja, wo muss Corporal Rise denn? Ich hab den Blanzhoffs den Energiekern aufgejagt Und die Brücke gesprengt Aber ich bin getroffen Ich esse hinter Merofeer's... Ich werde da das Auto so aufgerissen Ey, wenn hier irgendwo ist Merofeer's ist noch wahr, ne? Merofeer's a day Ja, bis jetzt woanders hin Ah, let's go Wir sind jetzt zurück, oder? Nee, nee Oh, die hat Bandit einfach zu dir Gott Da hat man irgendwas bombardiert Schau mal kurz auf... Vielleicht mach die Karte Was hat... Er hat doch steilen lassen Was ist das? Der Hedium Beine Wachen, Agaia Was hat... Er hat doch steilen lassen Was ist das? Der Hedium Beine Wachen, Agaia Der Hedium Der Hedium Der Hedium Der Hedium Für den Hedium Das Bildschirm vam Weil ich bin nur sein Fernseher Ja, weil... die splitsmen hier ein Spiel Da haben wir vielleicht seinen Borderlands Dann färbt Ok, bis gleich Kann man sich auf seine Karte gucken? Marcel, du bist doch nicht... Geschützt, oder? Den wenn ich weiß wie schwer ich hänge mit dem auto fest die flügel waren auch nicht der welche kaufsagenten das ist schon im stich gelassen oder ich jetzt auf der karte meine fresse ich habe mir dahin kommen warum nennt ich gleich so sieben ich habe die ganze Zeit gesagt lange durch oh mein Bein ausstrecken und ich kann ja auf meine F-Zend weiß nicht die Brug hat mich halt so fett am Knie gestoßen oh ja das war gar nicht schön er hat mies geweint, er lag so auf dem Boden er schreit so oh ich muss mich halt kotzen war so tot und lustig hat er voll verknüpft Ja, das war ja auch immer schrecklich. Haar. Ich hab nichts weh getan. Da oben war das. Das war da oben. Ja, toll, dass ich da bin und niemand sonst. Oh, ja. Ich bin ja runtergefallen. Na, was ist denn, wie bist du so schnell draufgegangen? Ja. Aber du kannst dich zum Vater gerne mal teleportieren. Ich bin ja mal, auch noch nicht tot. Wieso? Weil ich, ich halte. Oh, ist auch eine Granate. Oh, nice. Okay. Na. So, Max? Ja, helf mir mal. Ich kicke hier gerade gegen drei Leute. Oh, zähl ich mich selbst für die Granate wahrscheinlich. Ja, ich bin tot. Das ist ganz toll, dass es so ist. So wie ich. Ja. Ja. Deswegen sag ich ja, du hättest dich zu dem Handy teleportieren können. Sag ich doch. Aber dann sind wir drin. Oh, Mann. Wo bist du runtergefahren? Ja, da war jetzt mein Leben. Ja, das seh ich. Ich merk das schon. Ja, wir machen uns dann mal auf den Weg. Und ihr seid ja ne Wichser und Spaß. Ja, wir können ja nichts dafür. Ja. Ich weiß es doch auch nicht. Wir sind davor da dann. Ja, wo seid ihr? Am Anfang. Hallo. Mann. Ostern. Okay, fahr weiter halt. Wo denn jetzt? Hier, was denn? Was? Du hast einfach... Ich hab runtergefahren. Das war unsere einzige Hoffnung. Junge, der Vogel ist grad so süß. Ich muss mich erlenkt einfach alle ab. Was? Die Waffe ist leer? Nein! Okay, Maxi, komm. Ja, meine beiden Waffen sind leer. Scheiße. Die sind grad in der Höhle von vorhin. Mit den ganzen... Zwei Stunden Leben haben könnte ich mir da machen. Oh, das schaffst du schon. Das ist unsichtbar. Kann nix passieren. Ja, ihr kommt auch mal jetzt. Ja, gleich doch. Er hat mich einfach unten gespawnt und Marcel ist einfach mit dem Auto runtergefahren. Hier.